Heho, Freunde! Was geht? Moinsen! Da sind wir wieder! In Wobbly! Du hast schön die Bombe in der Hand! Ja, und ich bin ein Baum! Gib mir die Bombe! Kann man sie übernehmen? Ja! Oh, oh! Passiert nix, ok? Ich pack sie einfach da rein! Und tschüss! So Leute! Hallo, kleine Bombe! Kannst du sie wieder nehmen? Nein! Ich zieh dich da oben! Hilfe! So! Oh, das Auto brennt auch! Mach gleich! Bum! Oh! Stimmt! Das gibt es ja auch mega cool! So, wollen wir einen Jeep fahren? Hehehehe! So, wir wollen den Dschungel durchs Urellen! Ja, Mann! Ob es hier auch diese Sternenmanikens gibt oder irgendwas! Muss ja irgendwas hier sein! Wir sind richtig schnell unterwegs! Ja, Mann, wir sind... Im Weg, oder was? Ja... Okay! Aber nicht da lang auf die andere Seite! Okay, Expedition! Und dann mal... Lass mal über den Hügel gucken! Über den Hügel? Ja! Da kriegt man weg eine coole Aussicht! Da können wir laufen, sind wir schneller, oder? Ja, Mann, halt so! Okay! Das Auto ist total Schrott! Okay! So, wir durchsuchen den Dschungel! Ist hier was im Busch? Ist hier was im Busch? Im Busch? Ist hier was im Busch? Hier ist nix im Busch! Hier ist rein gar nix im Busch! Also... Äh... Im Busch ist gar nix! Komm, hier muss ja auch was Neues sein! Kann es sein! Äh! Wo? Ich hab hier eine Bananenschale gefunden! Kann man die nehmen! Ich hab... Oh! Ich bin ausgerutscht! Aua! Ich auch! Wo bist du? Wo bist du? Da hinten! Ich seh dich! Ich seh dich! Hier ist noch eine! Kann ich die nehmen! Oh! Irgendwie der ausgerutscht! Hehehehe! Okay! Bananen! Bananen im Dschungel? Jaja! Im Dschungel ist Banane gut! Oh! Noch eine! Oh nein! Dahinten ist auch noch eine! Oh! Hehehe! Oh! Da hinten ist ne Höhle, Mann! Wo? Da! Oh! Der Bananenhöhle! Ey! Das sieht so aus wie so ein Affe mit einer Banane im Maul! Hm! Affe? Ich hab ja nicht was wie ein Affe! Ja! So ein bisschen! Sieht aus wie so ein... Oder wie so ein Dorfbewohner aus Minecraft! Ja! Das wohl eher! Hehehehe! Aua! Hier ist ne Buch! Was ist das hier? Ein Spaten? Ein Buch! Ein Buch! Ein Buch! Oh! Äh! Expeditionsnotizen Tag 45! Achso! Hier ist einer gewesen! Wahrscheinlich! Achso! Er beginnt zu glauben, dass die Tür nur für Gorillas geöffnet werden können! Für Gorilla-Kostüme! Achso! Ah! Ja! TV-Studio in the City has worn! Achso! Das weiß er alles schon! Okay! Also! Er glaubt... Hidden Cave! Okay! Eine versteckte Höhle! Äh... Er glaubt, dass wir nur mit einem... Äh... Dass nur ein Gorilla da reinkommt! Das ist ja so ähnlich wie... Wie bei der... Äh... Äh... Wie... Wie der Jelly-Mann! Ja! Da müssen wir auch ein Jelly-Kostüm haben! Ja! Oder wie beim Clown! Wie beim Clown! Hm... So! Und wir hatten ja... Äh... So! So! Jetzt haben wir aber ja... Äh... Äh... Wo bin ich hier überhaupt? Wo bist du? Ich hab jetzt voll meinen Bananenrock hier an! Ähm... Dein Bananenrock? Jetzt haben wir doch vor zwei Folgen... Vor drei Folgen... Vor vier Folgen... Ich weiß nicht... Das stand ja auch in dem Buch im... Äh... TV-Studio! Mhm! Dieses Affen-Kostüm! Okay! Dann würde ich sagen... Äh... TV-Shop... Äh... TV-Show... Center... Studio! Studio! Genau! Und dann versuchen wir mal... Da ist die schöne Stadt! Aber im letzten Mal konnten wir... Da standen wir vor dem Affen... Da war gar nichts! Mhm! Vielleicht müssen wir es ja auch aktivieren! Da ist doch schon das Ding, oder? Ja, ja, ja! Jetzt park ich hier! Da kann auch kein Auto und so viel... Wobli-TV! Okay! Da war das Affen-Teil! Das weiß ich auch noch! Das haben wir schon gesehen! Okay! Wo ist der Affen? Wo ist der Affen? Die ist da drinnen! Entschuldigung, Sir! Ah! Guck mal! Jetzt hat er einen Stern! Okay! Alles klar! Er will die Show! Okay! Hm! Er will ein Gorilla spielen! Du willst mein Gorilla-Outfit? Fragezeichen? Ja! Ja! Er hat dich nackt ausgezogen! Ach so! Okay! Ja, cool! So, los! Dann lass uns jetzt zur Höhle! Weißt du noch, wo die Höhle war? Ja! Okay! Hubschrauber haben wir auch noch! Jawohl! Yeah! Uh! So, los! Ab zur Höhle! Ja! Wo nur Gorillas rein dürfen! Das ist ja mysteriös! Okay! Spring raus! Nein! Nicht rausspringen! Für lande vernünftig! Aber hier sind Bäume! Da ist die Höhle! Okay! Spring raus! Ich bin gar nicht ohnmächtig! Ja! Ich auch nicht! Diesmal! Was ist das denn? Okay! Okay! Ich bin noch da! Warte! Du hast schon aufgemacht oder was? Ja! Ich bin gegengegangen! Ach! Der Affe rutscht auch noch aus! Selbst der Affe rutscht auch noch aus! Da unten ist er! Oh! Ich rutsche aus! Oh! Gleich in die nächste! Nein! Wer ist er denn? Ha! Ha! Okay! Das ist der Affenkönig oder was? Hm! Ich bin der König des Dschungels! Okay! Hm! Hm! Den Baum? Welchen Baum? Achso! Wir sollen seinen Lieblingsbaum finden und irgendwelche Früchte bringen? Hm! Bestimmt eine Banane oder was? Ja! Hm! Ja! Geil! Okay! Okay! Wir finden jetzt... Hier sind noch Schalter irgendwie? Oh! Schon wieder hingefallen! Drücken mal! Hey! Der ist... Man kann ihn nicht drücken! Kann man nicht? Hey Papa! Okay! Okay! Das ist einfach unser Vater! Der ist geil! Hm! Hey! Guckt ihr jetzt auf die Uhr oder was? Ach nee! Guckt auf die Uhr! Er wartet! Wir brauchen zu lange hier! Guck mal! Was ist das? Ja! Das ist geil! Okay! Okay! Cooler Schaukel! Was ist hier noch eine geheime Tür oder was? Guck! 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 Also... Aua! Guck mal rein! Guck mal rein! Uh! Aua! Jetzt kann ich nicht rumschaukeln wie blöd! Mhm! Okay! Also wir sollen seinen Lieblingsbaum... Oh! Schon wieder ausgerutscht! Aua! Hä? Guck mal! Okay! Sein Lieblingsbaum... Also... Ich denke mal ein Bananenbaum, oder? Oder hat er andere Früchte? Also wir sollen ihm Früchte bringen! Irgendwie sollen wir ihm Früchte bringen! Hey! Da hinten ist ein Stern! Da hinten ist ein Stern! Wir müssen da hin! Ich sehe auf der Karte auch einen Stern! Wir müssen da hin! Wir zwei Gorillas hier! Hier ist aber nichts! What? Doch! Der Baum! Wir müssen ja hier gucken! Hier! Sind wir beim Stern? Nix! Bananenbaum! Komm! Lass mal hier runter! Ah! Ne! Ne! Der Stern! Das ist jetzt hier unter der Höhle! Der Stern ist der Affe! Wir brauchen jetzt Bananen! Äh! Aber dieser blöde Baum kann ja überall sein! Ja! Ich hab den ganzen Tag Bananen gefressen! Da liegt überall Bananen schon! Wenn wir einen Bananenbaum haben! So! Jetzt haben wir hier schon irgendwie den halben Dschungel durchsucht! Aber richtig irgendwie... Die Bauben haben wir noch nicht gefunden! So! Also wir flitzen jetzt hier durch den ganzen Dschungel schon! Oh! Hier ist Bananenschale! Bananenschale! Aber Bananenbaum haben wir aber nicht gefunden! Wir haben jetzt mal den Gorilla markiert, dass wir ihn wiederfinden! Aber da wo der Stern ist... Das muss man nicht markieren! Was ist das hier? Ach ne! Das wirst du! Ich hab gedacht, der Licht! Ich hab gedacht, der Licht! So! Hier auf der Höhle oder was? Ne! Das sind nur Blumen! So! Wir suchen jetzt hier irgendwie schon seit sieben Stunden irgendwie dieses Dschungelding ab hier! Ich hab ihn! Du hast ihn? Ich hab ihn! Hier! Hier ist er! 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 Aber die Bananenbilde, wie soll man die denn finden? Das weiß ich! Okay! Wir haben ihn! Das sind die Bananen! Interact kann man? Ach man kann Interact! Brüsseln! Er wackelt da rum! Okay! Aber die Bananen ist doch grün! Die ist noch gar nicht reif! Kann ich auch! Ne! Gibt nur eine Banane! Okay! Dann lass die! Dann warte auf mich! Oh komm! Wo bist du? Ja! Ich seh dein Bild! Warte! 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 Also ich bin hier! Hast du die Bananen noch? Ja! Okay! Wir haben 8 Stunden gesucht! Ja! Jetzt sind's schon nach! Warte! Warte! Ich will so zusammen rein! Komm ich fass dich an! Nein! Fass die Bananen an! Am Affenhintern! Am Affenhintern! Los komm! Oh! Wir rutschen Beine! Ne! Ich rutsch! Wir hoppen sie! Wir hoppen sie! Wir hoppen sie! Wir hoppen sie! Yes! Ach der Affe sagt auch yes! Hahaha! Du bist ein cleverer Wobbly! Okay! Die Bananen ist sehr gut! Yes! Was sollen wir machen? Wir kriegen einen großen Preis für den Bananen! Der will hier permanent Bananen kriegen! Fix Bananagiver! Ja jetzt sollen da immer die Bananen reinfallen für dich! Boah! So was sollen wir machen? Au! Können wir hier rein? Oh ja! Die Tür geht auf! Warte auf mich! Wo rein? Let's go! Oh oh! Ah! Oh! 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 Die kleine Affe! Dieser verfressene Affe! Hä? Was ist hier los? Alter was ist das hier? So ein Jump'n'Runner! Ah! Alter das sieht voll gut aus! Warte warte! Ah der ist geil! Okay! Die Maschine! Okay! So! Also wir sollen da jetzt irgendwie rüberkommen! Da ist schon mein Zahnbrot! Und man muss aufpassen! Warte ich! Schon ausgerutscht! Genau! Wir sollen die Zahnräder raufstecken! Damit die Maschine funktioniert! Hast du eins gefunden? Schon? Ja du hast eins! Pass auf das ist die Bonnorni! Nein! Oh nein! Nein! Ich bin auch! Wo bin ich denn? Oh nein! Ich bin ins Wasser gefallen! Ich bin auch! Mit dem Zahnrad! Ja! Komm ich hier wieder raus? Er stirbt jetzt! Ich bin direkt bei dir! Hallo! Ich komm nicht mehr raus! Oder? Da musst du nicht früher! Ich muss da raus! Ja! Ach doch! Er kommt doch raus! Okay! Hast du Sahnrad? Ich hab's ja! Oh nein! Nein! Mann! Ich bin schon wieder über diese Banane gerutscht! Mit Finn? Yes! Okay! Die Maschinerie läuft! Die Bananenmaschine! Ich hab die... Alle Bananen werden eingesaugt! Die werden eingesaugt! Geil! Okay! Aber warum verschwinden die Bananen dann nicht? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Jetzt wird's mal zum King hier! Jetzt wird's nur zum Affenkönig, ne? Komm, 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 komm! So, wo ist er? Ah, durch! Komm! Hallo! Aha! Oh, jetzt ja! Bananas! Bananas! Okay! Guter Freund! Mehr Bananen, als wir gebrauchen können! Okay! So, jetzt kriegen wir unseren großen Preis! Ohhhh! Er hofft, dass wir's mögen! Oh, was gibt's? Ah! Der... 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 Das haben wir erledigt oder was? Ja, ich geh raus! Ja, cool! Ich bin noch ein bisschen schaukeln! Hahaha! Ist schon nachts! Cool! Das war ganz schön, äh... Das war gar nicht mal so! Die anderen Sequels waren alle so klein, das war schon ein bisschen... Das war cool! War schon mal beschlaufen! War ein geiles Sequel! Auf jeden Fall! Jetzt haben wir da auf jeden Fall Affen mit dem, äh... mit diesem Bananen-Rucksack! Ist der Hubschrauber noch der? Nein! Ne? Der ist ja explodiert! Ah ja! Wir sind ja rausgesprungen! Ja, ja! Wo sind wir jetzt hier? Die geilen... Warte doch mal! Sind wir jetzt hier die... Affen... Die Gorillas im Jeep, oder? So, wo können wir uns umziehen? Äh, warte, wir fliegen jetzt hier die Zähne! Sag mal! Scrapper! Okay! Batsch! Ja, nein! Stimmt, die hat das gemacht! Die Dschungel-Appen, Alter! Oh! Hab ich extra gemacht! Da ist der Heli! Yes! Aber... Beim Auto ist man gleich wieder... Das ist... Gleich wieder ohnmächtig irgendwie, ne? Denkste sehen! Dass man jetzt bei jedem Aussteigen ohnmächtig ist, ist halt so eine... Also gerade für Spieler, die, äh... Die jetzt, äh... Neu mit Wobbly anfangen, also es wird schwieriger, ne? Also man kann nicht mehr so rumheizen zum nächsten Auftrag oder im Auftrag, wenn man Angst haben muss, dass das Auto kaputt geht. Ist auf jeden Fall schwieriger. Ja. Und, äh, um irgendein, äh, ich sag mal jetzt, äh, zum Beispiel das Geschenk in den Bergen, ja? In dem Eisberg da oben, das Geschenk. Da kannst du jetzt ja nicht mehr einfach mal runterspringen mit dem Jetpack und das holen. Runterspringen? Los, jetzt springen! Achso, guck mal, hier, Hubschrauber geht ja komischerweise. Ja, weil wir da stillstehen! Okay. Naja. So, wer wäre das denn? Hallo, Oma, ich bin offen! Achso! Yes, warte! Und dann... Hehehehe, okay! Ja, geil! Also man kann jetzt selber Bananen hinlegen, oder was? Da kann man ja, wenn man verfolgt wird, mal schnell hier ein paar Bananen hinschmeißen. Ich will die doch dann nennen. Komm mal raus! Warte! So jetzt! Komm raus! Warte, 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 wir müssen warten, bis Mutter kommt. Läuft sie? Jetzt läuft sie nicht an der Banane vorbei! Komm mal, komm raus! Nein, warte, 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 ich will versuchen, dass ich mir gucke, wenn Mutter ausrutscht! Warte! Mutter rutscht nicht aus! Warum nicht? Weil sie ist massiv! Beweg dich! Warte, 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 warte... Warte, 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 jetzt muss sie ja gleich hier... Oh nein, was macht der? Nein, was macht der? Was macht der? Warte! Er rutscht aus, war klar, er ist auch so ein... Na, 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 nein! Jetzt komm mal raus! Ah, Mutter rutscht nicht aus, aber ihr... komm jetzt mal raus ich komm doch schon raus Mutter rutsch dich aus ich zieh mich auch noch anders an weil ich hab ne gute Kommen ich wollte gerade die ganze Straße vollpflastern, man kann wahrscheinlich nur 3-4 Bananen, dann verschwinden die anderen ok das klappt nicht, was ist denn wenn ich mit diesem Bobbycar da über die Banane da passiert ja auch was ah ja, er fährt sie einfach nur weg, ok oh man, das ist alles auf dem selten ja die ganzen Funktionen, wenn du doppelt hast dann ist es schwierig aber ich kann sie aufräumen, ich kann die Bananenschalen wegfahren er hat das doch hier aus diesem Bato rausgehen schießen warte, warte, warte zack, genau eins zwei drei so, jetzt fahr ich weg jetzt laufen wir über diese 3 Bananen oh Alter also 3 Bananen ist 3-fach rutschen ok, cool ja, man kann damit rumspielen so Leute, jetzt machen wir aber erstmal für heute Feierabend hier ja machen wir mal eine hübsche Frisur hier in Ruhe so, dann sehen wir uns in der nächsten Folge ja jetzt wisst ihr wie ihr die Bananen den Affenkönig zufrieden stellen können und was ihr mit den Bananen machen könnt ne so Leute, dann würde ich sagen was hast du hier gerade noch eine Banane geschissen ja so, machts gut Leute, bis zum nächsten Mal ja, ciao ja, haut rein Leute ciao ciao